Herzlichen Dank, sehr verehrte Anwesende. Ich bin jetzt ein bisschen emotional gerade geworden mit dir. Ja, so genau habe ich mir das eigentlich nie überlegt. Es war eine andere Situation, dass wir uns 1989 zusammengetan hatten, Pierre und ich. 1989 ist für mich tatsächlich am 9. November her eine wichtige Zeit. Ich bin 1957 geflohen worden, aus der Republik rausgeschwommen im Fruchtwasser meiner Mutter durch Berlin und dann später in die Schweiz gekommen und dann war es natürlich bei uns zu Hause ein wichtiger Tag und den habe ich auch mitgenossen. Der Gotthard ist noch nicht gebaut. Er ist als Gotthard-Basistunnel fertig im Sinne, dass am 1. Juni die SBB den Betrieb übernehmen konnte und sie fährt jetzt. So eine ganz erkleckliche Anzahl passers hier durch. Das ist ja eigentlich das etwas weniger Wichtige. Oder die eigentliche Intention ist die Flachbahn, die den schweren Güterverkehr mit möglichst wenigen Steigungen durch diesen Alpenraum bringen soll und damit am europäischen Markt. Einen Teil hat man durchs Wallis versucht zu bauen, ist dort noch nicht ganz fertig gebaut, nicht mal fertig gebohrt, das wissen die wenigsten. Es ist also noch ein kleiner Hosenlupf, den Lötschberg-Basistunnel fertig zu bauen und die Wallis und die Touristen, wir alle, genießen das. Also es ist dann plötzlich doch was Wichtiges, durch einen Tunnel als Mensch durchzufahren und nicht nur Güter durchzulassen. Dem Gotthard geht es jetzt auch ein bisschen so, was Sie haben es vielleicht im Tagesanzeige gelesen, die Passagierzahl logischerweise am alten Scheiteltunnel oben, demjenigen von Pierre Favre und seinen Leuten, also die Escherlinie, die geht jetzt zurück. Und das möchte ich auch ein bisschen beleuchten. Also ich mache den Blick in den Gotthardraum und deswegen Seitenblick, nicht nur Rückblick, auch ein bisschen Vorblick. Mit dem Seitenblick drücke ich das aus. Das hat natürlich auch mit dem Bahnfahren zu tun, weil das Komische an so einem Tunnel ist, dass man ihn, wenn er dann mal in Betrieb geht, eigentlich nicht mehr sieht. Grenzenlos ist auch eine Geschichte, die ich mir dann jetzt, ich habe immer wieder so ein paar Sachen jetzt einzuflechten, die ich aus den heutigen Tagen gelernt habe oder bisher gelernt habe. Ich bin immer noch im Lernprozess drin, aber Monsterprojekt habe ich mit ihm aufgeschrieben. Das muss ich jetzt irgendwie versuchen klarzustellen. Das kann ich aber nicht mit einer dusseligen Erklärung, sondern da muss ich vielleicht jetzt mal hineinsteigen. Ich denke, es hat ja tatsächlich was monsterhaftes. Ich bin vorhin auch vom Maßstab her angefragt worden. Und das ist ein riesiger Maßstab. Es ist auch eine große Summe, die die Schweiz selber geleistet, finanziert hat. Also nicht Ärmelkanal-mäßig und so weiter, sondern wir sind selber die Großen und wir versuchen jetzt mit unserer Bahn durch den Tunnel durchzugehen. Diesen Stolz hat man auch in der Bevölkerung gemerkt bei der Inbetriebnahme. Ich sage immer Inbetriebnahme. Wir sind noch am Bauen an den Portalen. Aber es läuft und funktioniert dieser Teil. Wenn ich vorhin gesagt habe, Flachbahn, dann gibt es ja einen wichtigen südlichen Teil dieser Strecke Gotthardachse. Das ist das, was auf der anderen Achse fehlt. Dort gibt es den Simplon-Tunnel, der aber so steil nach Italien runterrutscht, dass er keine Flachbahn in dem Sinne ist. Er ist ein zwei-Rohr-System, immerhin. Aber die eigentliche Albtransit-Flachbahn wird auf der Gotthardachse sein. Also, etwas Monsterhaftes. Lassen wir es mal im schönen, lieben Sinn stehen. Was ich aber ganz gerne mitnehme, ist das Thema Erregung. Wir müssen emotional sein und emotional auch denken und planen. Wir haben heute früh von der Theorie gehört und das Spannungsfeld zur Praxis, ziehe ich jetzt auf, dazwischen liegt die Kommunikation auf allen Ebenen und da versuche ich, das eine oder andere zu machen. Jetzt kommen die ersten Emotionen. Ich fand das Bild, es ist aus der NZZ geklaut, mir trägt das niemand nach, ich fand es fantastisch. Da ist nichts künstlich im Sinne von Schmuck oder Ornament oder sonst was drin. Das Einzige ist das blaue Licht, das meinte ich vom Schweißen her sogar noch kommt, also noch nicht mal, was ist eigentlich so gewollt, aber es hat alle Elemente, die zu einem Kunstraum auch führen können. Es ist die Phase, es ist nicht das eigentliche Rohr, sondern die Phase des Spurwechsels. Sie sehen nach rechts geht ein Gleis weg, im Tunnel drinnen gibt es noch Verzweigung. Und diese Assoziation, die bringe ich einfach nicht weg, die habe ich immer gehabt. Und wir wollen jetzt nicht den Herrn Chicanedo oder den Herrn Mozart noch weiter beschäftigen, auch nicht den Herrn Schinkel, der dieses Bild ja entworfen hat, sondern nehmen Sie das einfach in die Erinnerung, in Ihr inneres Ohr mit, dass man solche Assoziationen haben kann. Eine andere, die haben Sie vielleicht auch gehabt, wenn Sie da in die Stadt Zürich kommen. Das hier ist der Sielraum. Es ist aber ein Tunnelbauwerk. Also das ist der Ertrag des Gotthardtunnels, deswegen erlaube ich mir jetzt auch das Zitat. Und ich würde jetzt mal behaupten, hier hat sich in der Stadt etwas Landschaftliches, aber natürlich auch städtebauliches ereignet mit diesem Bau. Beim heutigen Tunnel, der nach Talwil führt, der Brunau unter der Brunau durch, ist das einzige Highlight eine Ingenieuraktion. Die Bohrmaschine ist nämlich durch ein in Betrieb stehendes Parkhaus durchgefahren von einem Gebäude. Und sonst ist sie irgendwie und kommt jetzt in Talwil wieder raus. Also dieses Problem haben wir heute, dass die Ingenieure sich sehr schön vergnügen. Sie brauchen aber immer noch Installationsplätze. Und was machen wir mit denen? Hier ist die Siel-Hölzleer-Anlage. Das ist die Tunneldecke. Dahinter das Zitat aus dem Gotthardt-Kraftwerke. Das ist der Bahnhof Wiedekon, der als Architekturzitat dasteht. Also man kann selbst mit Sachen unter der Erde etwas Spannendes anfangen. Sie kennen den Tessiner Bahnhof. Bahnhof Enge aus dem Tessiner Granit gebaut. Grenzen. Ich reflektiere. Ich habe jetzt mal das Grenzenlos. Es gibt über 40 Ingenieurlose in der Gotthard-Basistunnel-Sache. Man hat Grenzen durchstoßen, noch und noch. Es ist nicht zu verkennen, dass es auch Kulturgrenzen gibt am Gotthard. Das wissen Sie bestens. Es gibt Sprachgrenzen etc. Also so ganz los von den Grenzen ist der Gotthardtunnel nicht, obwohl er verbindet. Ich gehe jetzt aber eher auch in die Arbeit, die wir als Gestalter im öffentlichen Außenraum haben. Und damit mache ich einen Link auf das, was ich heute früh auch gelernt habe. Ich komme nachher noch mal darauf zurück. Wir sind interdisziplinär und dürfen uns von nichts verängstigt fühlen. Das ist ja nun jetzt nicht gerade das schönste und beste Projekt oder der beste, schönste Arbeitsraum für einen jungen Architekten oder für einen jungen Landschaftsarchitekten. Für den Verklärungsplaner könnte man sagen, da kann man sich mal vergnügen drin. Aber es sind, oder auch für die Umwelt, es sind hier einige Aufgaben und die, so das ist unser Schicksal. Es gibt bei der Bahn auch das, auch um das muss man sich kümmern. Und das ist die erste Aufgabe, die wir immer wieder festgestellt haben. Wir müssen uns um all die Dinge kümmern. Hier mussten wir uns nicht drum kümmern, konnten sich amüsieren über die NZZ oder andere Skeptiker, die diese berühmte Piora-Mulde natürlich zu Recht mit Skeptis beobachtet haben. Die ist nachher beim Tunnelbohren und Geologen das geringste Problem gewesen. Es gab andere, heftigere Probleme während der Bauzeit. Die war natürlich markant und wichtig, auch die hat eine landschaftliche Bedeutung. Und ich werde es immer wieder einstreuen. Gehen Sie ins Gotthardgebiet, weil es entvölkert sich. Wir haben dieses Brachenproblem, außer vielleicht bei irgendwelchen ägyptischen Ansiedlungen. Aber wir haben sonst eigentlich die Frage, was passiert mit unserem Altenraum. Die Piora-Mulde sehen Sie. Die sehen Sie im Lucomagno oben. Da kommt, das ist ein marmorisierte Pulver, jetzt da in Pulverform nach oben, weißer Sand. Ich hatte mal einige Punkte bei meiner Frau gesammelt, weil ich wusste, wo es weißen Sand in der Schweiz gibt. Und wir haben ihn dann dort geholt. Kleiner Seitenblick an meine Nachredner. Sie kennen wahrscheinlich sogar diese Stadt. Sie ist an der Ostküste von Schweden. Und ich amüsiere mich hier immer über Grenzräume. Das ist hier aus Neaschal. Gucken Sie mal diese Sache an. Ich weiß nicht, aus welchem Darmbereich das da kommt, aber es ist lustig. Wahrscheinlich eine Freizeitanlage. Auch das hier ist Freizeit. Und das habe ich mir dann so auf dem Google, auf meinen Reisen. Also das sind auch so Szenen, über die vorhin hatte ich ja schon mal zwei Kreisel. Und dann habe ich das da noch gesehen. Und dann habe ich, was ist jetzt das? Und ich bin froh, dass die Schanzenspringer vor dieser Eisenbahn, die da noch drüber geht, auch offenbar landen. Und dann unten durchkommen. Also das können nur Schweden. Solche fantastischen Anlagen. Im Grenzraum, zwischen Landschaft und Stadt. Im Bauen. Ich komme auf heute früh zurück. Wissen ist grenzenlos. Ich nehme das gerne auf, was hier gesagt worden ist. Und ich habe im Moment auch meinen Sohn davon zu überzeugen. Macht das Masterstudium oder macht einfach weiter. Ich wiederhole es. Dem kann sich nicht zuliebe, aber auch mir. Die Interdisziplinarität, das ist das. Und deswegen muss ich sagen, also Master, wo genau Master? Aber man muss also sehen, dass man diese Interdisziplinarität, die schon mehrmals angesprochen worden ist, auch wirklich pflegt und sich bei der Wissensaneignung auch darum kümmert. Und wenn ich dann höre, dass das Feld nicht den dusseligen Raumplan oder den noch dusseligeren Architekten, das bin ich, und so weiter überlassen, oder auch den Ingenieuren nicht, dann muss ich sagen, richtig. Kritik, aber man muss es mit Wissen begegnen und nicht mit in dem Sinne Kritik an, die können was nicht. Das Faszinierende, und das habe ich immer wieder festgestellt, die Leute, die können viel mehr, als wir eigentlich meinen. Wir müssen es nur wachrufen in ihnen. Und das ist unsere Aufgabe als Landschafts- und Städte- und Raum- und was auch immer Planer als Leute, die eben dieses Kommunikationssystem in einem solchen großen Projekt, natürlich mit viel mehr Elan zu machen, dass man das dort eben erfolgreich macht. Also eben nicht besser wissen, sondern gemeinsam entwerfen, meine ich. Und diese entwerferische Aufgabe, die wird sehr stark bei den Architekten und Landschaftsarchitekten eben gelehrt auch. Man muss aufpassen, es gibt gewisse Leute, die haben in ihrem Studium einfach keine Lehre des Entwerfens. Und das muss man dann halt überbrücken oder muss es nacharbeiten oder irgendwie auch ergänzen im Kommunikationssystem des gemeinsamen Planens. EBG, EBV ist so ein Zauberwurm. Das kommt dann auch, jetzt kommt die Praxis, die Realität. Das ist zwar auch Theorie, aber auch juristische Art. Das heißt Eisenbahngesetz und die dazugehörige Eisenbahnverordnung. Und da kann man was erleben. Also das ist wirklich dann heftig, wie da gesagt wird, hier geht es lang und damit basta. Und wir machen dann das Einspracheverfahren und so weiter. Wie will man dann noch Landschaft entwerfen? Also die ganze Sensibilität von irgendwas, die muss man woanders in die Projekte hineinholen. Das ist ein Teil eines Portals des längsten Einzelbahntunnels der Welt. Und kein Mensch würde da drauf kommen, wenn er nur das sieht. Und wenn die Ingenieure mal am Anfang an gewusst hätten, dass sie das bauen sollten, hätten müssen, dann hätten wir wahrscheinlich ziemlich Ärger gehabt im Haus. Das ist entstanden im Dialog. Wir priesten allerdings dahinter nicht. Den werden Sie jetzt noch das eine oder andere Mal sehen, weil der gehört zur Identität. Ich mache mich also jetzt auf in das Gotthard-Gebiet und erkläre das eine oder andere, was wir entdeckt haben. Auch das Beobachten gehört zur Arbeit. Das ist die Anlage, wie Sie jetzt heute, und Sie merken, wir reden jetzt mal von dem Raum. Und der Gotthard ist da. Dieser klassische Gotthard, massiv, ist dort. Und wir sind so daneben sozusagen. Hier ist der Lucomagno. Also wir sind plötzlich noch in einer anderen Landschaft, auch mit Zitronen, das muss man erst mal auch hinkriegen. Trotzdem muss man sich bei dem Wegesystem eben um den Gotthard kümmern. Und deswegen haben wir auch einen Blick zurück. Kulturelles Denken, das ist eine bestimmte Kultur. Das ist da Zürich, wo ist es jetzt hier oben? Da, der Herr Escher, der sein Herz blut da. Die deutschen Ingenieure, die haben hier gedacht, das ist das kleine Deutschland hier. Dann ist es noch ein bisschen Holland. Hier ist die große Schweiz. Und dann kommt dann wieder Italien. Und gearbeitet wurde ja hier bekanntlich, in den Gedärmen. Und die waren auch eher italienisch und portugiesisch, sprach ich wie auch immer. Das ist so ein bisschen auch Sozialgeschichte natürlich. Wir haben es dann wieder maßstäblicher gezeichnet, aber es hat wieder einen neuen Maßstab drin. Achtung. Und wenn Sie da genau drauf schauen, es ist jetzt plötzlich dieser Gotthard-Basistunnel. Er hat hier noch ein kleines Fenster und da noch eins. Hier geht es dann am See lang. Und die eigentliche Strecke sollte ja auch hier noch mal im Tunnel sein. Also wir haben plötzlich nur noch zwei Minuten im Urner-Reustal. Und wir haben eine Minute, 55 Sekunden in der Riviera, in Tessin. Und dann noch ganz kurz ein Fenster, wenn es dann hier mal in der Magadino-Ebene alles fertig ist, und noch ein paar Sekunden. Mit dem beschreiben wir den Alpenraum. Also da müssen wir schon noch drüber nachdenken, ob das so, was dabei rauskommt. Deswegen die Frage nach dem Raum oben. Also diese Botschaft haben wir mal gebracht. Noch einen kleinen Einwurf zum Grenzenlos. Eine Bahn, das sind ja zwei Schienen, meistens Doppelspur, und die müssen ja immer weitergehen. Und eben auch nach Italien. Sie wissen, in Europa hat es mindestens fünf Stromsysteme. Man kann froh sein, dass es die Spurweiten einigermaßen hat. Die Russen und die Spanier springen da noch raus. Es gibt also 15 verschiedene Spurweisen. Und ungefähr zehn davon hat die Schweiz. Das weiß man gar nicht. Also Normalspur und Meterspur ist noch das eine. Es gibt dann noch vieles mehr. Und dann geht es jetzt hier darum, wie konnte man nach Italien. Es gibt oben noch die Linie nach Luino. Das ist alles noch offen. Ich zoome es ein bisschen her. Gebaut wird jetzt nur am Ceneri, hier der Ausgang Richtung Wetzia. Und dann geht es hier auf der normalen Linie zum Bahnhof Lugano. Und alles, was hier farbig ist, ist alles noch offen. Das ist alles Zukunft. Oder vielleicht und so weiter. Also es wird schon Sachen geben. Aber so stehen wir da. Deswegen sage ich, fertig gebaut, das System. Ich rede jetzt heute nicht von der Magadino-Ebene. Hier sieht man Visualisierung. Es ist vieles hier schon auch jetzt im Bau und schon sichtbar. Ungefähr so. Vielleicht sogar noch weiter. Das sind ältere Bilder. Das wurde sogar schon eröffnet, diese Brücke. Die Ingenieure lieben ihre Bauwerke und haben sie Licht inszeniert. Das ist denen ein ganz wichtiges Foto. Ich gehe jetzt unter Tag zum Gotthard Basistunnel. Da treffe ich eine Dame, ein kleines Mädchen. Und das fragt, warum leben die Mäuse hinter der Welt, sagt sie. Und das ist so festgehalten. Diese Dame ist schon so alt wie ich jetzt auch. Ich habe sie geheiratet. Und sie hat mir diese Geschichte erzählt. Und war natürlich sehr berührt auch über das Nachdenken, was eigentlich jetzt ein Tunnel überhaupt auch ist. Das ist der Tunnel. Und wir sollten den gestalten. Von dem man eigentlich überhaupt nichts sieht. Wurde eröffnet. Das haben Sie vielleicht noch von den Zeitungen. Und jetzt gehe ich in die Bergwelt. Das ist Karl Bleichen. Auch aus dem Osterkottbus, glaube ich. Er hat tatsächlich hier diese Brücke gemalt. Als erstes Mal einfach so, wie man baut. Die Angst von diesem wahnsinnigen Schöllenteil kommt langsam in diesem 19. Jahrhundert so langsam weg. Man wagt sich dahin. Obwohl man hier, und dann kommt später dann diese Straße, gehen Sie dort jetzt mal hin. Es ist zwar jetzt immer noch viel Verkehr. Und es wird dann wieder werden. Im Moment ist es im Umbau. Man macht Velorouten rein. Wunderschöne. Das ist noch ein altes Foto. Aber dasselbe wird jetzt neu hier wieder aufgebaut. Fantastische Arbeit. Ich klinke hier immer irgendwie zu schnell. Das ist der Ingenieurplan dazu. Man will also den Fahrrädern auch noch was. Und Sie sehen ja, wie das dann dramatisch wird. In der Landschaft ist es noch dramatischer. Und dann kommt man oben zum dem, wo Sie auch unbedingt wieder hin müssen. Auch das muss jetzt behindertengerecht und so weiter ausgebaut werden. Zum Glück, das hier, das kann so bleiben, weil es zu heilig. Und auch da haben Sie dann Angst vor dem anderen mit dem Boxfuß, dass das jetzt nochmal so ein Problem werden könnte. Also man hat hier so eine gewisse Andacht. Auf der anderen Seite ist es viel lustiger. Das ist der Kulturraum des Seen. Die haben keinen Teufel. Die haben die Tremula. Und tanzen die Tremula rauf und drunter mit den Fahrrädern jetzt heute. Und eben der Teufel ist immer noch das Geschichtlein mit seiner Mühe und Not sogar noch verschoben mit diesem Stein. Das ist die Kulturgeschichte der alten Bahn. Das gibt es vielleicht dann mal gar nicht mehr. Also ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen. Aber die Bergstrecke ist dann schon ein happiges Stück, die zu unterhalten. Biaschina ist dasselbe. Die ist auch noch oberhalb von unserem Tunnel. Das ist die Autobahn. Die Biaschina ist da daneben. Also die Zeugen der großen Alpenquerungsbauten, die sind alle da. Die Autobahn hat einen Architekten gehabt im Süden. Im Norden hat sie einen Ingenieur gehabt. Das kann man jetzt als Bashing auffassen. Also wenn man hier durchschneidet, sind es 14 Fahrbahnen. Für zwei in Tull und eine auch zwei nach Göschenen. Das ging offenbar nicht anders. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, mit der wir auch uns ins Gespräch bringen sollen, dürfen, können. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die dann nicht nur zum Design von sowas führt, sondern eben auch zur Anlage, wie Infrastruktur in der Landschaft ist. Das ist die Gruppe, ich lese jetzt nicht alle Namen vor, die an diesem Gotthard-Basistunnel gebaut oder designt oder eben die Ingenieure bezirzt haben. So in dieser Form. Hier, das ist Biasca, Autobahn. Wieder mal sowas, nicht gerade Wunderschönes, aber eben da. Eigentlich ist das die Mündung von Brenno in den Ticino, so rein landschaftlich. Hier kommt der Brenno und der Ticino ist hier. Von dem nimmt man natürlich kaum was wahr. Und jetzt kommen die auch noch mit der Eisenbahn, die muss dann, hier ist wieder Brenno und jetzt müssen wir dann noch durch. Das ist die Umfahrung, also direkte Route um Biasca herum. Da hinten ist die Portalanlage. Also schneller Radius, Schnellbahn muss hier auch noch durch die schnelle Autobahn durch und so weiter. Also eigentlich ein Drama. Und wie sieht es dann vom Boden aus? Ich wurde heute auch angemahnt. Man soll auch vom Boden gucken, nicht Icarus-mäßig, sondern erst mal Land und da wirklich sehen. Und dann kann man heute solche Sachen beobachten. Und das ist wichtig, dass sich das integriert in die Landschaft. Eine Trogbrücke hat seine Gründe. Das ist der Brenno, der hier mit Hochwasser keine anderen Konstruktionen erlaubte. Und trotzdem muss es da sein. Also ziemlich akrobatische Übungen. Es ist aber dann auch weiter unten in der Justizie zusammen noch mit einem Wasserbauwerk. Eigentlich so als Architektur in der Landschaft gar nicht so schlecht gelungen. Sieht allerdings jetzt hier noch ziemlich heftig aus, muss ich auch zugeben. An anderen Orten sieht es noch viel heftiger. Das ist jetzt keine Entschuldigung. Also der Alpenraum, der ist immer relativ heftig. Das ist in der Nähe von Bozen. Man kann es auch in der Schweiz haben. Sie kennen es vielleicht. Das ist Basel. Die Wiese. Das ist die Batz. Das ist schon ein deutscher Bahnhof dann. Also nicht Bahnhof, sondern die Gleisanlagen. Französische Abzweigung. Hier geht es nach Deutschland. Unglaubliche Gegend. Das sind so diese Gegenden, die wir immer wieder antreffen. Die Gegend kennen Sie wieder. Die ist jetzt schon nicht mehr so. Sie sind da heftig am Bauen. Hier hatten Sie sogar mal noch zu viel gesprengt und so weiter. Wir haben das aber in der Stadt auch. Sieht auch nicht mehr so aus. Wir werden uns wieder mehr unter die Brücken geben. Das sieht noch so aus. Das ist das Herz der Glattalstadt. Weiß niemand, wo das ist. Ich erzähle es dann irgendwann mal. Dann kommt die Bahn in die Berge. Das ist ja Welterbe geworden. Die haben sich aber nicht groß um Welterbe gekümmert, als sie es gebaut haben. Das darf ich euch auch noch sagen. Das ist das, was wir dann uns damit auseinandersetzen mussten. Wie baut man denn sowas? Das ist eine fantastische Gegend da an der Alpula-Strecke mit den Kehrtunneln. Aber die haben einfach genommen, was sie hatten. Und dann wurde das da über die Wälder runter und sonst was. Heute würde das so nicht mehr gehen. Trotzdem ist die Landschaft auch wieder zurückgekommen. Also in dem Sinn etwas Mut. Ich mache noch einen kleinen Abstecher hier ins Reustal, ins untere Reustal, gerade oberhalb Amsteg. Einfach, dass Sie wissen, Wege. Hier geht man neben der Bahnbrücke runter. Man geht in die Bahnbrücke hinein. Und wenn man dann durch die Bahnbrücke durchgelaufen ist, kommt man hier in diese schöne Wiese. Das sind Lawinenschutzgebäude. Also wenn da das Schulkind im Winter donnern hört, ist es angezeigt oder lernt das, dass es sich dann hier drinnen versteckt. Da drinnen ist auch eine Schaufel im Winter. Und dann muss es dort halt warten. Wenn es dann wieder zurückgeht, dann geht es durch diesen Gang zwischen den Trägern und guckt zur Reuss. 109 Meter, eine schöne auch Grenze und ist dann drüben, da kommt es dann raus und ist dann beim Postauto, wo es zur Schule geht. Dann lernt es auch noch, wie man Fußgängerstreifen und all die urbanen Geschichten macht. Aber es hat dann schon einige Sachen sonst vorher. Und diese Kultur, die existiert noch im Gotthardgebiet, sind auf jeden verschiedenen Arten. Die Leute leben mit Infrastrukturen, die leben mit verschiedenen Naturphänomenen etc. Und wir sind hier so als Städter manchmal schon ein bisschen mit blauen Augen. Jetzt erzähle ich eine Geschichte, wie Ingenieure mit Landschaft und Sicherheit und weiß nicht was zusammenarbeiten können, wenn man mit ihnen richtig redet. Das ist der Warmluftauslass, 900 Meter oberhalb vom Basistudel. Der wurde sehr früh gebaut. Der ist hier in diesem Wallenalps, eine kleine Straße zum Stausee. Das ist die Straße, man kann nicht kehren, unmöglich. Also man fährt dann drei, vier Kilometer rauf zum Stausee und dreht dort und kommt wieder runter. Deswegen Kehrplatz. Der Ingenieur hat diese Aufgabe entgegengenommen und gesagt, ich mache einen Kamin. Das hat einen Keil gegen die Lawinen und es hat einen Kehrplatz. Riesensprengerei da in diesem steilen Hang. Da haben wir gesagt, das ist eigentlich schade. Könnte man diese Sachen nicht kombinieren? Wir machen einen Keil, der ist ein Kehrplatz und der Auslass ist hier oben in diesem Keil sozusagen eingeräumt. Und jetzt kam die große Frage, das ist natürlich teurer. Gestaltung. Und da hat der Ingenieur gesagt, nein, eigentlich nicht teurer. Muss weniger sprengen, könnte betonieren, ginge eigentlich alles so gleich teuer. Er hat nicht gesagt billiger, das wollten wir auch von ihm nicht unbedingt jetzt hören. Das wäre jetzt etwas viel gewesen. Also wir haben ein Modell gebaut, hier sieht man die Sprengerei. Und er hat dann ein sehr schönes Ding hängt gekriegt. Muss ich auch sagen, haben sich Mühe gegeben. Die haben das als Weihnachtskarte gebraucht. Links ist die Weihnachtskarte von dieser. Heute steht es da. Kein Mensch weiß, was diese Kirche da im Ort braucht. In Sedrun ist eine analoge Anlage, da ist der Grade eingang, auch Lawinengeschützt etc. Also es gibt eine gewisse Verbindung, man kann sich was denken, aber man muss eigentlich viel Wissen mitbringen. Und das macht mir noch ein bisschen so auch Sorge, wenn man sowas in die alten Welt stellt. Auch das hier, das ist der andere Lüftungsanschluss von der Multifunktionsstelle in Faido. Das ist hier, kommt richtig Rauch raus, wenn mal etwas brennen sollte. Und hier kommt Frischluft rein. Entschuldigung, ich drücke hier immer falsch. Und das ist so zusammen jetzt mit einem Bahntechnikgebäude plötzlich eine Komposition geworden in diesem Faido, oberhalb bei Polmengo. Eigentlich eine Komposition, die nur mit vielen Reden und zusammen, hier ist noch die, wie man, man hat es sogar geübt, wie dann die Thermik allenfalls Rauch bringt, nicht, dass das nächste Einfamilienhaus dann gleich auch noch tot ist, wenn da mal was passiert. Also sie haben sehr vieles darüber nachgedacht, ob diese Form das dann wirklich macht. Noch eine kleine Seitengeschichte. Das ist die Madonna von Lourdes. Nachbildung, die an mehreren Urnerorten stehen, solche, und auch in Erstfällen. Jetzt kommt der Tunnelbauer und sagt, oh, das ist genau dort, wo wir den bergmännischen Angriff machen. Also die Tunnelbrust. Da habe ich gesagt, da ist nicht Tunnelbrust, sondern da ist die Brust der Madonna von Lourdes. Und die müsst ihr jetzt erhalten. Also das geht überhaupt nicht. Und dann, Sie sehen ja hinten die Terra-Veränderung. Man hat dann tatsächlich die Sachen nach hinten geschoben. Das war aber, weil der südlich Lockergestein da war. Und die Geologen dann gesagt haben, ihr müsst weiter rein. Da habe ich gesagt, guter Geologe. Weil Efeu, also viele, viele Meter hoch. Und dieser Ralfahrtort, ihr seht jetzt da hinten, hier sieht man den Taktbau, der ist schon zugedeckt. Und da hinten ist diese Tunnelbrust. Und heute ist alles noch da. Also auch bewahren geht. Ich gehe jetzt ganz schnell durch Vorgaben durch. Ihr seht, wir haben ganz viele Bauten. Und ich erzähle zum Abschluss von der verbotenen Landschaft des Portales. Also die beiden. Die sind nicht so klassisch. Die sind auch nicht so, wie am Gennedy. Sondern sie sind auch nicht so, wie die Tessiner Architekten dann gedacht haben. Jahrhundertbauwerk. Sie sind auch nicht so, wie ein Landschaftsarchitekt gedacht hat. Sondern sie sind die Antwort in diesen Tälern drinnen, längs, wie man abzweigt, aus einer alten Spur, einfach links abbiegen. Fertig. Also ziemlich happig. Und dann haben wir uns überlegt, wie sowas sein könnte. Es ist heute da, mehr oder weniger. Simulation, aber noch fast heute fast schon so da. Wir haben dann hier auch mal gedacht, liegt die Bahn oben und die alte unten. Die bündelt sich hier. Sie ist nicht mehr gerade und so weiter. Und dann hat man mit Modellen angefangen zu arbeiten und die beiden Rohre rausgezogen. Und wir sind draufgekommen, eigentlich könnte das so eine flache Böschung sein. Die Überwerfung, die Bahnlinie selber stellt eigentlich das Portal dar. Und nicht diese zwei Rohre, die da rauskommen. Also wurde das zum Portal und nicht zwei Rohre, die irgendwo aus dem Berg kommen, versetzt wegen der Luft. Also hier kommt warme Luft raus. Sie soll nicht reingezogen werden. Deswegen ist die länger. Ist auch von der Flankierung her eigentlich einfach. Und so weiter. So hat sich dieses Projekt immer weiterentwickelt. Wurde dann plötzlich zudem. Hier hat noch die Thermik dann auch noch mitgespielt. Also das war eigentlich eine gute Sache, dass diese Steine warm sind. Kläre ich nicht im Detail. Aber Weichen in der Krümmung, Schnellfahrweichen sind eben schwierig. Deswegen gerade. Also hat sich das noch dreimal hin und her geschoben, bis es jetzt heute an dieser heutigen Lage da am Hang ist. Und ein bisschen traurige Konsequenz ist diese Steinschlagwand da, weil es halt einfach wegen den geraden Gleisen so stark dahin musste. Sieht schrecklich aus als Baustelle. Es geht dann aber auch wieder zurück. Von dem her ein kleiner Trost. Pläne. Und was ich noch dazu sagen will. Es gibt eine Landschaft. Wollen Sie den Plan noch genau studieren? Das ist unser tägliches Brot gewesen. Was diese Konsequenz von diesem Steinschlag ist, ist das. Gehen Sie am Portal und laufen Sie einmal ums Portal herum. Es hat doch seine Faszination. Immerhin. Also man kann dem auch was abgewinnen. Es ist deswegen jetzt ein begehbarer Raum. So der Bergwelt hin. Also hier hinten, von da rede ich. Man kann hier einsteigen und um dieses Portal herum gehen. Das erzähle ich jetzt nicht. Gucken Sie mal das an, wie diese schwierige Situation in der Reusebene ist. Also da kann man sich manchmal auch nur ärgern. Wir haben aber auch vieles gewonnen. Auch dank den Urnern. Und zum Abschluss die Landschaft hinter dem Portal. Also Sie haben das schon ein bisschen kennengelernt. Das ist das Überwerfungsgleis. Im Süden ist es die Straße und das Gleis. Das einzige Großbauwerk, das im Süden und im Norden eine analoge Sprache spricht. Ich behaupte das einfach mal. Das durch die Alpen durchgeht. Immerhin. Es wurde dann gebaut. Und Sie sehen, hier hinten ist dann plötzlich Leerraum. Da haben wir die Bahntechnik versorgt. Die ist riesig hier unterirdisch. Das sind nur die Eingänge. Hier kommt noch eine Lagerung von Daten hin, die mit dem Umgehungsstollen hier hinten zusammen die unterirdischen Räume nützt. Und das wird dann alles eingeschüttet. Also Sie sehen hier Einschüttung, die später eine neue Landschaft darstellt. Das sieht man, wenn man jetzt hier. Das ist übrigens noch schön. Das sage ich auch noch gerne. Das ist die Sichel, wie wir sie nennen, die mit Steinen belastet ist ein Symbol des Ausbruchmaterials. Und das sieht im Süden so aus. Und im Norden so. Das ist der kulturelle Unterschied. Sauber, glatt und so weiter. Sie mussten sogar noch einen Backerführer heimschicken, weil der hat das quasi nach Küchenplattenmanier zu flach gemacht. Das sollte dann doch noch mehr Aufregung rein. Im Süden eben etwas. Es kann dann im Süden auch, ich gehe einfach durch die Bilder so durch, das haben Sie schon mal kennengelernt, noch vor dem Gleisbau. Wir haben kleine Details. Das ist eine Absturzsicherung. Einfach damit es da nicht noch ein Geländer drauf gibt aus dieser Mauer. Deswegen hat man hier noch einen Trick gefunden, wie man dann dieses Geländer verhindern konnte. Es kann auch grün werden. Im Süden vor allen Dingen. Da wissen wir, es wachst mehr. Und mit dem Bild schließe ich jetzt meinen Vortrag, der noch viel länger sein könnte. Sie können sich vorstellen, da gibt es noch tausend Geschichten. Das ist Flora Rüscher, leider verstorben in ihrer Arbeit. Sie hat uns ja immer wieder sehr auf die Beine geholfen und der Diskurs mit ihr. Sie hat nicht einfach jede Form designt, sondern es war immer das Gespräch und immer der Austausch. Und dafür sind wir ihr heute auch sehr dankbar, Sie in Ehren als Schlussbild. Danke mich.